Karl Landsteiner war ein österreichisch-US-amerikanischer Pathologe und Serologe, der ein 1901-DK-Sekunden-AB0-System der Blutgruppen entdeckte, wofür er 1930 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhielt. 1921 führten ihn weitere Arbeiten zur Prägung des Begriffs Habten, 1940 entdeckte er außerdem mit Alexander Solomon Wiener und Philipp Levin den Rhesusfaktor. Anfang der Karriere. Landsteiners Vater Leopold, ein bekannter Journalist und erster Chefredakteur der Zeitung Die Presse, starb mit 58 Jahren. Als Karl sechs Jahre alt war, dadurch hatte er eine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter Fini, Geb, Hess und ihre toten Maske hemmingen bis zu seinem Tod in seinem Schlafzimmer. Landsteiner studierte nach seiner am heutigen Gymnasium Wasakäse in Wien mit Vorzug bestandenen Matura ab 1885 an der Universität Wien Medizin und promovierte dort 1891. Während seines Studiums veröffentlichte er eine Arbeit über den Einfluss von Diäten auf die Zusammensetzung des Blutes. Nach seinem Studium verbrachte Landsteiner fünf Jahre im Ausland in Laboratorien in Zürich bei Arthur Hansch, in Würzburg beim berühmten deutschen Chemiker Emil Fischer und in München bei Eugen Bamberger. 1896 kehrte er nach Wien zurück und wurde Assistent am von Max von Gruber geleiteten Hygienischen Institut. Dort führte er Studien über den Mechanismus der Immunität und das Wesen von Antikörpern durch. Zwischen 1898 und 1908 war Landsteiner Assistent an der Pathologischen Anatomie der Universität Wien. Danach bis 1919 pro Sektor am Wilhelminenspital in Wien. 1903 habilitierte er sich bei Anton Weichselbaum im Fach Pathologie und 1911 erfolgte die Ernennung Landsteiners zum außerordentlichen Professor für Pathologie. Während dieser Zeit veröffentlichte er viele medizinische Arbeiten, unter anderem über die Übertragung der Kinderlähmung. Landsteiners Leistung, zusammen mit Erwin Popper, war der endgültige Nachweis, dass Kinderlähmung eine infektiöse Krankheit ist und durch Injektion von Rückenmarkflüssigkeit eines an der Krankheit verstorbenen Kindes auf Affen übertragen und von einem Tier zum nächsten übertragen werden kann. Für seine bahnbrechenden Erkenntnisse, die als Grundlage für die Polio-Bekämpfung gelten, wurde er posthum in die Polio Hall of Fame in Warm Springs aufgenommen, die im Januar 1958 eingeweiht wurde, Entdeckung der Blutgruppen. Landsteiner entdeckte 1900, dass bei Kontakt das Blut zweier Menschen oft verklumpte. 1901 stellte er fest, dass dieser Effekt auch durch Kontakt von Blut mit Blutserum eintrat. In seiner Arbeit über Agglutinationserscheinungen normalen menschlichen Blutes, welche 1901 in der Wiener Klinischen Wochenschrift der Gesellschaft der Ärzte in Wien erschien, berichtete er erstmals in einer Fußnote über die Annahme, dass es drei verschiedene Blutgruppen geben müsse. In der Folge gelang es ihm dann, die drei Blutgruppenmerkmale A, B und Null, die er als C bezeichnete, des menschlichen Blutes zu identifizieren. Das Blutgruppenmerkmal ab wurde 1902 von zwei Kollegen Landsteiners, dem Wiener Internisten Alfred von die Castelow-Rechtwehr und dessen Mitarbeiter Adriano Sturli entdeckt. Die 1910 von Dungern und Hirstsfeld vorgeschlagene AB0-Nomenklatur wurde erst 1928 auch international übernommen. Landsteiner war es auch, der erkannte, dass die Bluttransfusion zwischen Personen der gleichen Gruppe nicht zur Zerstörung der Blutzellen führte, wohl aber zwischen Personen verschiedener Blutgruppen, sodass im Jahre 1907 die erste erfolgreiche, auf seinen Arbeiten basierende Bluttransfusion am Mount Sinai Hospital in New York von Reuben-Ottenberg durchgeführt werden konnte. Heute weiß man, dass Menschen mit der Blutgruppe AB-Erythrozyten alle anderen Blutgruppen akzeptieren. Erythrozyten der Blutgruppe 0 können von allen Gruppen empfangen werden. Dies liegt daran, dass Menschen mit der Blutgruppe AB keine Antikörper gegen die Blutgruppe A oder B bilden. Die Blutgruppe 0 dagegen besitzt weder das Merkmal A noch das Merkmal B, sodass nach der Übertragung beim Empfänger auch keine Antikörper dagegen gebildet werden können. Heutzutage werden bei Bluttransfusionen nur Erythrozyten-Konzentrate ohne Blutserum mit Antikörpern übertragen. Diese Erkenntnis ist besonders bei Bluttransfusionen und Operationen sehr wichtig. Für die Entdeckung der Blutgruppen erhielt Landsteiner 1930 den Nobelpreis für Medizin. Weitere Forschungstätigkeit Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs folgte Landsteiner 1919 der Berufung nach Den Haag, wo er die Prosektur eines kleinen katholischen Krankenhauses leitete, in zwölf Veröffentlichungen jedoch weiterhin verschiedene serologische Probleme behandelte. So berichtete er 1921 über niedermolekulare, spezifische Substanzen, die die Bindung an ein Protein benötigen, um ein sogenannt Vollantigen zu werden und für die er die Bezeichnung Habten vorschlug. 1922 nahm Landsteiner eine Stelle am Rockefeller-Institut in New York an, wo er 1940 zusammen mit seinen Schülern Philipp Levine und Alexander Solomon Wiener den Rhesusfaktor beschrieb, den er im Blut von Rhesusaffen entdeckt hatte. Neben der Arbeit an den Blutgruppen beschäftigte er sich mit Fragen zur Entstehung der Paroxysmalen-Kälte-Hämoglobin-Uri, in deren Folge die Donut-Landsteiner-Reaktion als Test zur Diagnosesicherung entwickelt werden konnte. In den Jahren 1927-1928 still fungierte er als Präsident der American Association of Immunologists. Auf dem Gebiet der Bakteriologie gelang es Landsteiner zusammen mit Clara Nick in den Jahren 1930 bis 1932 und 30 Rickettsche Provasikii, den Fleckfiebererreger, in lebenden Gewebekulturen zu züchten. In seinen letzten Jahren arbeitete er an onkologischen Fragestellungen, da seine Frau an einem bösartigen Tumor der Schilddrüse erkrankt war. Karl Landsteiner war ein Mensch voller Energie und Forscherdrang. Typisch dafür ist auch sein Ende. Mit 75 Jahren, am 24. Juni 1943, erlitt er während der Arbeit in seinem Labor am Rockefeller-Institut einen Herzinfarkt. Dem er zwei Tage später erlag, seine Frau starb am Weihnachtstag desselben Jahres. Im Laufe seines Lebens empfing er viele hohe Auszeichnungen, darunter Ehrendoktorate von Universitäten, eines allerdings fehlt, das von Wien. Lediglich im Arkadenhof der Wiener Universität wurde ihm eine Gedenkplakette gewidmet. Seit 1929 besaßen er und seine Familie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. 1946 wurde er posthum mit dem Albert Lasker Award for Clinical Medical Research ausgezeichnet. Privatleben 1916 heiratete Landsteiner nach langjähriger Verlobungszeit Leopoldine Helene, geborene Pflasto. Sie war die Tochter des Mesners der griechisch-orientalischen Kirchengemeinde zu St. Georg. Aufgrund ihrer Liebe zu ihm verließ sie ihre angestammte Konfession. Um ihrem 1890 vom Judentum zum katholischen Bekenntnis konvertierten, garten auch religiös näher zu sein. 1917 wurde sein Sohn Ernst Karl geboren. Landsteiner war ein guter und äußerst besorgter Vater, dem es im letzten Kriegsjahr gelang, eine Ziege aufzutreiben. So dass trotz allen Mangels wenigstens frische Milch im Haus zur Verfügung stand. Eigenhändig sammelte er Kräuter, damit daraus Ersatzspinat gekocht werden konnte. In der Gemeinde Porkasdorf hatte er ein Haus gekauft, damit sein Nachwuchs nicht in der Stadt im neuen Wiener Gemeindebezirk aufwachsen musste. Privat lass er gerne heimlich auch Kriminalromane, heimlich deswegen, weil er diese Lektüre eigentlich als unter seiner Würde empfand. Aussehensmäßig strahlte er große Würde aus, war ein Hühne von Gestalt. Von kräftiger Statur mit herabhängendem Schnurrbart und einem vergeistigt-forschenden Blick. Obwohl er seit 1929 die amerikanische Staatsbürgerschaft hatte, fühlte er sich Zeit seines Lebens als Europäer, sprach Deutsch allerdings nur dann, wenn er ungehalten wurde, wie seine Schüler an der Universität feststellten. Seine Frau und er wurden Seite an Seite in Nentucket, Massachusetts, beigesetzt. Landsteiner war ein ausgezeichneter Pianist. Er hatte einen großen Bechsteinflügel in seinem Salon. Würdigung 1968 brachte die österreichische Post zum 100. Geburtstag eine Sonderpostmarke heraus. Seit 1976 ist der Mondkrater Landsteiner nach ihm benannt. Bis zur Euro-Umstellung zierte sein Bild den österreichischen 1000-Schilling-Schein. Die Rückseite zeigte ihn in seinem Labor im Pathologisch-Anatomischen Institut der Universität Wien. Seit 1988 vergibt die Österreichische Gesellschaft für Allergologie und Immunologie jährlich den Karl-Landsteiner-Preis für hervorragende wissenschaftliche Publikationen auf dem Gebiet der immunologischen Grundlagenforschung. Im Jahre 2003 wurde von der Rögei die Karl-Landsteiner-Medaille für ein hervorragendes Lebenswerk auf dem Gebiete der Immunologie gestiftet und 2004 erstmals verliehen. Zu Ehren von Landsteiner wird auch der Avery-Landsteiner-Preis verliehen. Der Karl-Landsteiner-Memorial Award der American Association of Bloodbanks sowie die alle zwei Jahre vergebene Landsteiner-Vorlesung der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie. Am Geburtstag Karl-Landsteiners wird seit 2004 der Weltblutspendetag begangen. Seit 2005 besteht in Niederösterreich die Karl-Landsteiner-Gesellschaft als Verein zur Durchführung von wissenschaftlichen Forschungen im Bereich der Medizin und Verwandter wissenschaftlicher Disziplinen. Er war seit 1927 Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldiner, Nationale Akademie der Wissenschaften. In Klagenfurt ist die Karl-Landsteiner-Gasse nach ihm benannt. Auf Beschluss des Leipziger Stadtrates wurde 2011 eine Straße im Stadtbezirk Mitte Ortsteilzentrum Südost nach ihm benannt. 2013 nahm in Krems an der Donau die Karl-Landsteiner-Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften ihren Betrieb auf. 2016 widmete ihm Google zu seinem Geburtstag einen eigenen Duddel. Werke über die Agglutinationserscheinungen normalen menschlichen Blutes. 1901 Die Spezifizität der serologischen Reaktionen. 1933